Ich meine, man kennt ja auch die Leute, die immer so sprechen und sich dann irgendwie mit irgendjemand identifizieren. Wo das jetzt evolutionär herkommt, keine Ahnung. Ja, vorm Schimpansen. Ich mag nur noch, was haben wir gesagt? Manga Magazin. Warum? Manga Magazin. Um das G und das A ein bisschen zu üben. Manga Magazin. Manga Magazin. Ich habe mich als Kind verpasst, die beiden Wurzstaben zu üben. Manga Magazin. Latex-Nutzstück. Tino hasst Muslime. Tino hasst Muslime. Da sind alle Vokale drin. Tino hasst Muslime. Das ist ein Ebung für die Vokale. Das ist ein perfekter Einstieg für den Podcast. Tino hasst Muslime. Muslime hasst Tino. Hasst Tino Muslime. Das ist nur halbrichtig, weil mir Antisemitismus vorgeworfen wurde, aber nicht Muslimen-Hass. Aber ist egal. Hallo. Willkommen. Willkommen beim Neuen. Und jetzt in Reihenfolge. Brennpunkt Internet. Ja, willkommen zum Brennpunkt Internet. Das ist ja großartig, was hier los ist. Findige Zuhörer haben schon mitgekriegt, hier ist eine Stimme zu viel. Was ist denn hier los? Die ganzen Rentner am Empfangsbolzen, die kriegen gerade einen Herzkasper, weil sie so viel Input nicht vertragen. Ist das der Florian? Wer ist denn Florian? Florian Silbereisen. Achso, nee, das ist er leider nicht. Da müssen wir euch enttäuschen. Wir sind Brennpunkt Internet. Tino, Robin und Herr. Wir müssen eine Musik spielen, sonst komme ich nicht rein. Herodes. Oh, Herodes ist auch mal da. Findige Nosterafu-Zuhörer, die kennen natürlich Herodes. Die Leute an meinem Fangsbolzen, die kennen ihn jetzt, denn er stellt sich vor mit. Ja, ich bin einer der Weimarer Rapper. Ich bin dadurch berühmt geworden, dass ich im Mon Ami häufig gegen Master of Ceremony weibliches Geschlechtsteil gerappt habe. Er meint Muschi. Na, MCM, MC Muschi. Ja, liebe Leute, hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir haben hier saftige Verstärkung für euch in Form von Herodes. Aber richtig. Der von einem Konkurrenzprodukt, dem Podumcast, hier dazugestoßen ist. Und dem Flottcast, ganz wichtig. Das stimmt auch. Ja, das sind aber beide sehr schlechte Casts. Auf jeden Fall. Er hat auch sein Mikrofon so von oben rein baumeln. Vielleicht muss ich ihn deswegen nochmal ein Stück lauter machen. Das wäre nämlich ein bisschen weiter weg als wir, wenn er das so hat. Nun, hallo, Altino, oder? Es ist viel passiert, ne? Es ist wieder viel passiert. Einiges. Da hast du auch mitgekriegt, ne? Alter, es ist echt viel passiert so. Also, am Anfang Breaking News, ja ganz wichtig. Haben wir gerade erst gelesen, heute ist ja der Freitag. Und zwar... Habe ich auch gerade heute erst gelesen. Ja, heute ist Freitag. Krass. Also, das ist auch mein Highlight der Woche, dieses Sachverhalt. Es ist Freitag. Würde ich sagen, 10 von 10, oder? Ich auch. Band muss an dieser Stelle. Okay, schon. Nein, die Grumpy Cat ist gestorben. Die originale Grumpy Cat. Was ist denn da Grumpy Cat? Ich bin 60. Was, erklär mir das. Es ist eine amerikanische Katze, glaube ich. Die einen Gendefekt hat, die die Mundwinkel wie Merkel nach unten trägt. Eine Grießkramkatze. Eine Grießkramkatze, genau. Ja, die war ein großes Meme, hört man ja. Genau, eine bekannte Figur im Online-Webspace. Und die ist jetzt tot. Ja, aber ich weiß nicht, woran sie gestorben ist. Ich denke, die wird schon echt alt gewesen sein, oder? Einfach. Weiß ich nicht. Wie lange gibt es sie schon? Vielleicht ist die aus dem Fenster geflogen und war zu grumpy, sich auszurichten. Einfach flatsch. Sie war fürs Internet sehr alt, wahrscheinlich. Sie müsste sterben. Das Meme an sich ist ja auch alt. Wann kam das? Echt schon recht früh? Wird es 2009 gewesen sein? Später früher? Also ich erinnere mich, dass ich 2013 ein Buch bekommen habe über die Katze. Wenn du überlegst, dass so eine Katze halt regulär so um die 15 wird, dann ist das schon realistisch, dass sie einfach Altersschwäche hatte. Wir haben es aufgedeckt, Leute. Wer weiß es? Wer weiß es? Ja, schreibt es in die Kommentare. Woran ist die Katze gestorben? Gut, das war natürlich die größte News. Ich habe eine Zwischenfrage. Wenn man das im Radio hört, beschreibt man das dann drauf. Einfach einen Brief. Ja, ja. Leserbrief hier. Wir haben ja einen Briefkasten. Oder ganz cool auch, Hashtag Brennpunkt Internet auf Twitter, Facebook oder Instagram. Das machen aber die Profis nur. Also ich weiß nicht, ob das unsere Zuhörer schaffen. Schreiben Sie eine Postkarte an Radio Lotte mit dem Stichwort Brennpunkt Internet. Wir haben natürlich neben dem noch reichhaltig Themen. Und ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast oder du, ihr beiden. Pro Jared, Tati Westwood sagt euch alles gar nichts. Nein. Nee, ich habe Angst, dass mir jetzt die zweite Nase wächst. Ja? Warum? Weil du lügst? Ach, weil der Witz war, dass das klingt wie ein Zauberspruch. Wer? Ich dachte, das... Ach komm, lass mich in die Ruhe. Ich dachte, das war eine Erektion oder so. Hä? Welcher Zauberspruch und warum wächst der dann in die Zuhörer? Kateri, Pimpe, Michael, Watt. Das klingt wie ein Zauberspruch. Annegret Kramp-Karnebauer. Okay. Nein, aber was ihr alle gehört habt, ist, die Lochis hören auf. Ja! Die größte News diese Woche. Holy shit. Ich kann mir sagen, wir sind persönlich befreundet mit den Lochis. Wir haben sie ja getroffen in Weimar vor ein, zwei Jahren. Ich glaube, wir sind alle drei Fans der ersten Stunde. Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist also damals, wo sie im Theater... Du musst echt näher an dieses Mikrofon ran. Ja, ich höre das Mikrofon näher zu mir. So. Sie waren ja auf dem Theater drauf. Richtig. Und drin. Du hast das Mikrofon näher rangeholt und bist danach weggegangen. Ist ja geil. Ich glaube, professionelles Podcast wurde mir einfach nicht in die Wiege gelegt. Sie standen ja auf dem Theater oben drauf. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, von unten waren noch viele Leute, die halt nicht mochen. Mein hier, spring runter und so weiter. Ich kann mir auch vorstellen, dass das... Ich kann mir schon forschen, dass ihr Leben eine Last ist, weil die haben das ja schon seitdem, die wie alt, neun sind oder zwölf. Wann ging das los? Sehr jung zumindest, ja. Also ich hätte volles Verständnis dafür, wenn die jetzt zumindest ein paar Jahre sagen, wir ziehen uns komplett zurück. Aber es kann halt auch echt sein, dass die einfach einen Marketing-Gag machen und jetzt sagen hier, ciao und dann... Dann machen heimlich Selbstmord. Heimlich, ja. Dann machen sie in einem Jahr ihre Comeback-Tour oder so und sind dann wieder... Sie machen hier nochmal ein Abschiedsalbum und Abschiedstour. Also das ist ja auch ein Stück weit Vermarktung. Und ich habe Angst, oder nein, ich weiß nicht, ob ich Angst habe, aber ihr kennt doch unheilig, ne, diese tolle Band. Geboren und so leben. Nee, nie gehört. Der war fünf Jahre oder gefühlt zehn Jahre auf Abschiedstour. Ich höre auf. Und er war noch nach fünf Jahren auf Tour. Okay. Das machen die Lockies vielleicht ja auch, wenn es finanziell gut läuft. Sollte das passieren, werden wir auf diesen Podcast zurückkommen und sagen, du hattest recht. Kannst du mich kurz auf stumm machen, richte das Mikrofon nochmal. Okay, jetzt ist er auf stumm. Er richtet das Mikrofon nochmal. Das musst du nicht stumm machen. Also das war auf jeden Fall die wildeste News der Woche, aber natürlich nicht die größte. Was denkst du denn, was die jetzt machen werden? Oh, ich habe meine Überschrift vergessen. Loch ist Loch. Ja. Die Leute, die vielleicht das hier nicht gehört haben oder nicht verstanden haben, die Lochis waren nämlich in Weimar. Das hätten wir vielleicht dazusagen sollen. Dass die Lochis hier im Theater waren für eine Videoaufnahme. Ich war da auch am Anfang zugegen, bin dann früher gegangen. Das war halt wirklich echt ganz, ganz großer Mist. Ich habe es healthy gemacht. Also ich fand es ganz, ganz unerträglich, ohne Spaß. Ja, es war sehr unangenehm. Es war auch viel Absprache und so, was die da gemacht haben. Es war jetzt ein bisschen real. Ja, jetzt müsst ihr alle ganz doll klatschen und so einen Scheiß. Ja. Die sind auch nicht laut inzwischen? Ja, du bist laut, ja. Welcome back. Sehr schön. Danke sehr. Aber was machen sie denn jetzt nach ihrer Beendigung? Weiß ich nicht. Getrennte Wege gehen, was ich mir auch nicht vorstellen kann bei Zwillingen. Ich denke, die haben ein finanzielles Polster. Die können sich echt einen Rügen machen. Ich denke auch. Die sind jetzt am Ausgesort. Reisen und sowas geht alles. Die haben ausgesorgt für immer. Ich denke nicht, dass die jetzt eine Ausbildung zum Bankkaufmann machen oder sowas. Können wir die Gelegenheit mal nutzen, um echt einmal klar zu sagen, dass die Lochis der unsexieste Name ist, den man sich überlegen kann als Künstler? Das wussten die ja damals nicht, als sie klein waren. Ja, aber naja. Und was machen sie jetzt? Jetzt gehen sie rum als Heiko und Roman. Das sind jetzt auch nicht die geilsten Namen, oder? Also als Pornodarsteller wäre es eigentlich schon fast passend. Das stimmt. Und jetzt wissen wir auch, was sie nach ihrer Tour machen. Twin Porn soll auch ganz gut sein, habe ich gehört. Sie sind ja auch 18 geworden dann, letztes Jahr oder so. Ich hoffe, sie streben eine Pornokarriere an. Es war nicht das größte Thema. Pass mal auf. Tino, ich habe mit Herr Rodes, oder gut, er hat es nicht so ganz gesehen, ich habe ein Video geguckt hier als Recherche nochmal, kurz vorm Podcast. Hast du es mitbekommen? Tati und James Charles. Gesundheit. Hast du nicht mitbekommen? Erzähl mal. Also ganz großer Beauty-Vlogger, der größte aller Zeiten, der offen schwul ist. Doch, das hast du mir erzählt. Ja, und da gab es den Skandal, dass er irgendwie eine Firma promotet hat, die wiederum die Gegenfirma, die Konkurrenzfirma von der Tati war. Die Tati war aber seine Mentorin und so. Eigentlich will ich das gar nicht so breit treten, weil das ist so dummes Drama. Aber was man natürlich auseinandernehmen kann, und ich habe dann auch mal eine Frage an dich. Er hat halt heterosexuelle Männer genötigt, für ihn homosexuell zu werden, hat quasi seinen Ruhm und seine Macht ausgenutzt und auch Druck ausgeübt und hat gesagt, jo, wenn du jetzt nicht irgendwie dies und das für mich tust, dann zerstöre ich dein Leben. Herr Rodes, da kennst du dich ja aus, ich zerstöre deine Karriere, hast du ja auch schon gesagt bekommen. Ja, aber dir hat auszusehen deine Karriere zerstört. Ja. Knapp am Ziel vorbeigeschossen. Ja, der ist halt so, um ihn kurz zu beschreiben, wenn man jetzt einen Homosexuellen sich vorstellt, denkt man vielleicht an Tino. An mich. Schnell an mich. Denkt man vielleicht schnell in Klischees, weiß ich nicht. Die sind ja selten bestätigt eigentlich, aber trotzdem gibt es die. Und ich frage dich, warum? Und genau so ist ja nämlich auch dieses, weiß ich nicht, ob es wirklich Feminin ist, die Diskussion hatte ich mit Herr Rodes auch schon, dass es also, klar gibt es so Prinzessinnen, Frauen, aber also ich weiß nicht. Also ich muss sagen. Warum gibt es so viele, die sich so verhalten wie das Klischee? Also ich bin ja jetzt kein Homosexueller. Ich sag ja, getreut dem Motto, Loch ist Loch, bin ich ja eher so zweitschienig, wie man sagt, Zweitverwerter und ich finde es prinzipiell schwierig, wenn man seine Machtposition ausnutzt für sexuelle Zwecke, haben wir letzte Woche besprochen, bei dem jungen Herrn, der minderjährige Mädchen da nicht gezwungen hat, aber sie genötigte, ihm Nacktfotos zu schicken. Und Working-Videos hatten wir letzte Woche schon, ja, hört den letzten Podcast. Und zum Thema, warum gibt es denn eigentlich Klischees? Also Klischees gibt es ja nie völlig umsonst. Es gibt ja immer so, es ist ja irgendwoher entstanden. Und auch ich kenne Homosexuelle, die sich dementsprechend verhalten, sehr feminin sind und Lisbon, habe ich ganz oft gemerkt, die Pascal heißen, Patrick sind alles so typische Namen. Tatsächlich, es gibt diese Klischees. Oder Stanley. Bestimmt, keine Ahnung. In Weimar jetzt weniger oder in Deutschland, aber es ist richtig, es gibt diese Klischees und ich bin ja nicht so, zum Beispiel. Nein, ich frage mich nur, warum? Also ich, ganz ehrlich, ja, ich muss es nochmal klar betonen. Erkennungszeichen. Ja, aber es ist doch irgendwie Käse, oder? Also wenn man irgendwie sein Coming-out hat oder so mit elf, zwölf irgendwie merkt, okay, ich bin halt schwul so. Alles fein, ja. Ist mir ja auch alles egal. Kann ja jeder machen. Ich verstehe noch nicht ganz, warum man dann, oder ob das bewusst ist oder wirklich unbewusst und warum, man, also sind ja wie gesagt auch nicht alle, aber dass es halt so viele gibt, die so. Wenn du diese gewisse Neigung hast, ja, dass du auf Männer stehst, dann, dann, es ist vielleicht auch eine, eine feminine Sache, so auf Männer zu stehen. Ja, aber für mich fühlt sich das halt nicht per se feminin an, dieses, ähm, dieses halt. Naja, aber du meinst doch dieses, so ein bisschen diese, diese Teekannen-Muster und, und dieses, dieses leicht so sprechen und sich schminken. Ich lasse dich all solche Sachen sagen, ich war noch nicht auf Grindel unterwegs. Und ich bin auch, siehst du ja auch auf dem CSD jedes Jahr, also diese Klischees gibt es ja und es ist alles völlig in Ordnung. Ich sag auch nicht, ich betone, ich sage nicht, dass es schlecht ist oder so, ja, ich möchte nur verstehen, warum das ist. Ich wundere mich auch manchmal bei Frauen, bei lesbischen Frauen, warum sie meistens sich sehr männlich kleiden, so Haare kurz, Käppi auf und Jeans, Baggy-mäßig tragen, verstehe ich halt nicht, wenn du willst, dass Frauen auf dich stehen, die auch auf Frauen stehen, habe ich auch nicht verstanden, ich finde es in Ordnung, alle sollen machen, was sie möchten, aber auch ich bin da so ein bisschen, dass ich sagen muss, ich habe nicht alles durchschaut und ich bin ja auch nur ich so und ich bin jetzt auch kein Typ, der sich schminkt oder der jetzt irgendwie so spricht und jeder hat das seine eigene, seine eigene Art an sich und ich glaube, also das ist meine Vermutung, dass es so ein bisschen evolutionär ist und so eine gewisse, ein Werbeeffekt ist, dass man so signalisiert, ich bin vom anderen Ufer. Vielleicht. Vielleicht. Ja genau, diese Szene irgendwie über die Sprache identifiziert, das gibt es ja in verschiedensten Arten und Weisen. Ja. Ich meine, man kennt ja auch die Leute, die immer so sprechen und sich dann irgendwie mit irgendjemandem identifizieren, wo das jetzt evolutionär herkommt, keine Ahnung. Ja, vom Schimpansen. Leider nein. Tino arbeitet an seinem nächsten Shitstorm, finde ich super. Es sind nicht alle so. Ne, aber so dieses über die Sprache mit einer Gruppe identifizieren, das verlegt natürlich das Problem woanders hin, weil die Frage ist, wer hat zum allerersten Mal so geredet, wie kommt, ich stehe auf Männer, auf Frauen zu, ich rede jetzt so. Das ist so die Frage, ich denke, wird sich so ergeben haben. Ich denke, das spielt zum einen dieses etwas weibliche Sein rein und zum anderen auch, dass man das so ein bisschen, dass das dann halt so eine Bewegung geworden ist, der man sich halt dadurch zugehörig fühlt, dass man sich halt ähnlich artikuliert und ähnlich betont. Ja, was denkt ihr, liebe Leute da draußen? Schreibt uns. Hashtag brenn.internet, wo kommt Homosexualität her? Ist es normal? Ist es eine Krankheit? Nein, das war nicht die Frage. Warum redet man denn so? Wir haben die Triggerwarnung am Anfang vergessen. Shit. Vielleicht kriegen wir diese Woche doch endlich mal den hasserfüllten Leserbrief. Ich hoffe auch. Ja, also großes Tamtam drumherum. Aber was natürlich nicht so geil ist, Machtpositionen ausnutzen. Das ist ja auch jeder einig, glaube ich. Aber es ist echt ein Riesending. Wegen beiden Videos von denen, die haben so Statement-Videos gemacht. Also sie hat ein Riesen-Statement gemacht. Er hat dann ein Entschuldigungsvideo gemacht. Beides irgendwie 50 Millionen Aufrufe. Geht richtig ab. Ich habe vorher von beiden noch nie gehört. So ging es irgendwie allen. Es ist ja prinzipiell kein Problem, wenn man jetzt als Homosexueller sagt, pass mal auf, du bist hetero, ich finde dich heiß. Hast du vielleicht mal Lust zu experimentieren? Ja, das kann ich ja verstehen. Aber ich weiß nicht, inwiefern es dann eine Nötigung gab bei diesem YouTuber. Hat er die wirklich genötigt? Er sagt, hier, ich veröffentliche irgendwas über dich oder so. Okay. Der muss ja nur ein Video machen, wo dann irgendwie 10 Millionen Menschen sehen. Okay. Dann ist für immer der Ruf zerstört. Herr Roth ist so. Heiß. Ich weiß nicht aus. Ich hätte Michael Jackson mal machen sollen. Ich glaube, ich habe es doch schon mal erzählt. Ja, aber nicht in Brennpunkt Internet. Das ist richtig. Du kannst hier jetzt nochmal eine Fahne hochhalten für Cybermobbing. Nee, das ist ja nicht mal Cyber gewesen. Das war analoges. Analoges Mobbing. Analoge Nötigung, die mich auch nicht sonderlich gestört hat. Also es ging ja eigentlich nur darum, dass ich mit der Freundin von, boah, also der Kumpel hat eine Freundin, die wiederum hat eine Freundin, die hat ihren Freund nicht mehr gehabt und im Suff meint es halt, ich soll mit ihr schlafen oder sie wird meine YouTube-Karriere zerstören. Wie man sieht, ich habe nicht mit ihr geschlafen. Wie man sieht. Jetzt endet er im Radio. Hättest du es mal gemacht, Mensch. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Warum Koppel denn gleich mit dieser Keule, wenn du nicht mit mir schläfst, dann werde ich dich zerstören. So ein Quatsch. Wenn du nicht mit ihr schläfst. Das hat die Freundin von ihr geklärt. Aber er ist ja mit seiner Keule nicht gekommen. Das ist ja das Problem gewesen. Warum nicht? Ich hatte keine Lust. Okay, schade. Gut. Ich weiß nicht, ich finde es immer wichtig, dass man das auch selbst so ein bisschen mitentscheidet, weil das ist doch was recht intimes. So intersexuelle Handlungen, dass das auch beide wollen. Oder? Ich hätte sagen können, dass es einen Grund gab. Ich glaube, das ist ein veraltetes Denkmuster, was du da hast. Ich denke auch. Stimmt. Ich glaube, wenn einer Bock hat, reicht das. Guck nach Saudi-Arabien. Man muss manche zu ihrem Glück zwingen. Das ist einfach so. Das stimmt. Er hat sich nicht genug Mühe gegeben. Man sagt auch manchmal billigend in Kauf genommen, dass Nostrafo jetzt nur noch 4000 Aufrufe pro Video kriegt. Geht nicht. Also liebe Leute, egal wie viele Follower ihr habt, bitte droht keinem, damit irgendwas über ihn zu veröffentlichen, wenn ihr nur mit ihm schlafen wollt. Frag dir noch ganz höflich, hast du Bock auf Sex? Wenn er dann sagt nein oder sie sagt nein, dann müsst ihr das akzeptieren. Probiert später einfach nochmal. Genau. Nee, einfach go for it. Der Appetit kommt beim Essen. Ich denke auch. Nee, also was ich sagen wollte, habe ich jetzt wieder Revue passieren lassen. Die News war so groß, weil der Kollege James Charles einen Aboverlust hatte von über zwei Millionen Abonnenten. Das ist viel, ja. Das ist der Rekord. So, deswegen ist es das Thema gewesen. Aber egal, es gab noch ein anderes großes Thema. Ein Streamer, Bro Jared. Ja. Ein Gamer. Jetzt kommt hier gerade, irgendwie fährt hier gleich Anis Amri rein wahrscheinlich. Das ist glaube ich nur Herr Kleine, seine Begleitung. Okay. Entwarnung, Herr Rotes hat gesagt, der fährt woanders lang, der kennt sich aus in der Szene. Ich finde es wichtig, dass du jetzt nochmal sagst, wer den Kick zuerst gemacht hat. Du. Danke. Robben klaut gerne, ne? Oder? Das ist unfassbar. Ich habe ihm auch das Bild geschickt von Franz, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Was macht er? Schickt sie in die Telegram-Gruppe und macht einen Witz draus. So, ich glaube nicht, eine Telegram-Gruppe, wo man exklusive Inhalte für nur drei Euro erwerben kann. Drei Dollar sogar. Ach du Scheiße. Das ist ja weniger als drei Euro. Na, Sache plus. Da kommt man in die offizielle Noserafo-Telegram-Gruppe und kann mit uns schreiben. Toll. ProJarrett ist ein Gamer und auch noch ein Cheater. Oh. Hätte ich nicht gedacht. Er hat seine Frau betrogen und das war ein Riesending, auch da will ich eigentlich gar nicht lange drüber reden, aber es war halt diese Woche groß. Ach so, ich dachte, der Cheat beim Game. Ja, das habe ich ja jetzt extra so aufgebaut. Wie kam das denn zustande? Wer war das denn? Pass auf, ich habe für die Recherche mal geguckt, was ist so diese Woche passiert, schon vor ein paar Tagen und gucke so auf Livestream-Fail, weil ich dachte, vielleicht sieht man irgendwas, was krass relevant ist und da war das gerade am Aufblühen, ja, ProJarrett. Und das war nämlich so das Ding, dass er irgendwie in einem Tag 100.000 verloren hat und einen Tag später war dann dieses James-Charles-Ding, der dann in einem Tag eine Million verloren hat. Das war richtig groß diese Woche, also Abo-Verlust die Woche. Tatsächlich. Ja. Bei dem ist es eigentlich nur spannend, dass es ja normalerweise so Leute gibt, die dann sagen, ey, lass den doch mal und verteidigen den. Kommt gleich noch wilder, weil erst kam das raus und dann hat die Frau noch veröffentlicht, dass er außerdem auch wieder, wie Austin Jones letzte Woche, an kleine Kinder Dickpics geschickt hat. Teilweise auch ungefragt. Ey, ich sag das die ganze Zeit so, als wäre es etwas Schlimmes. Bin ich irgendwie nicht im Bilde? Du machst alles richtig. Danke. Ja. Also, er hat, die sind ja jetzt auch im Netz zu finden. Die Dickpics? Ja, ja. Und die Kinder? Ich hoffe. Beides. Lord Abaddon würde sich freuen. Der dritte Punkt ist für die FDP, ne? Ja, eben. Lord Abaddon. Schon ganz lange ist der FDP. Ja, ja, wollte antreten, war auch auf der Listenplatz. Und dann haben aber natürlich die Leute wieder das rausgewühlt von damals. Recht? Lord Abaddon hat nämlich auch da so einen kleinen Skandal gehabt, bei dem ist es aber weniger bestätigt als bei Austin Jones oder bei Pro Jared. Aber es war schon eigentlich klar. Es ist passiert. Er hat so kleine Camps gemacht. Und dann gab es ja auch noch diese Jasmin Peer irgendwas. Pearson Peerless. Also er hat auch von der jährigen Nackten gesehen. Also es gab definitiv irgendwelche bestätigten Fotos, wo aber nicht ganz klar war, ob er der Verursacher davon war. Und ja, der war für die FDP auch als Listenplatz angedings. Aber dann haben die das über Twitter natürlich wieder hier. Übrigens wisst ihr, wer das ist und so. Das finde ich aber nicht in Ordnung tatsächlich. Ich finde, man muss doch mal die Vergangenheit irgendwie ruhen lassen. Hätte der Max das aufgearbeitet und irgendwann ist er dazu geäußert, er hat es ja immer komplett verschwiegen, sich nie dazu geäußert. Ach so, das weiß ich nicht. Und jetzt hat er sich nämlich mal dazu geäußert, ist aber schon wieder ein paar Wochen her. Und meinte dann so, dass teilweise die Sachen stimmen, teilweise aber auch nicht. Also so ein bisschen schwammig. Aber schon, dass er teilweise halt Sachen zugibt. Und dass er natürlich, oh, ich war da mal zu dumm und bla. Ja. Nee, das musst du schon aufarbeiten. Ich habe die Tweets aber leider nicht gefunden. Du musst schon so viele aufarbeiten. Das ist ganz wichtig. Das Ding ist ja, das hatten wir auch letzte Woche, er wurde ja nie bestraft oder so. Und da finde ich es auch wieder okay, wenn man das wieder irgendwie sagt. Weil es ist ja nie irgendwie, gut, vielleicht hat er auch wirklich nichts gemacht. Und dann wäre es ja auch Quatsch, ihn zu bestrafen. Ja, hätte ich aber ohne Probleme dazu äußern können. Das stimmt. Also theoretisch finde ich es dann okay, wenn quasi da noch eine offene Straftat wäre, dass man die vielleicht wieder ausholt, solange die nicht verarbeitet ist. Ja, ja. Naja, das auf jeden Fall. Ganz wichtig für mich noch ist, dass der neue Verfassungsschutzbericht ist raus. Okay. Und die Linksextremisten. Ach, das warst du vom Tagesspiegel oder was da, was ist das Tagesshow, was du da geteilt hast? Äh, genau. Ist das das? Ja. Und zwar, dass die Veranstaltung in Chemnitz, wo ich ja auch zugegen gewesen bin, wurde als linksextremistisch eingestuft. Okay. Und der Ruf Nazis raus ist wohl auch linksradikal und verfassungsfeindlich. Also wird gerade beobachtet und geprüft. Nazis raus, verfassungsfeindlich. Ja, aber da habe ich ja auch schon gesagt, dass ich das nicht so clever finde. Nazis raus, verfassungsfeindlich, verstehe ich nicht. Unter gewissen Gesichtspunkten sicherlich irgendwo. Also, ja, wenn man sagt, hier, da ist eine bestimmte Gesellschaftsgruppe, die möchte ich aus Deutschland raushaben, könnte man sagen, das ist vielleicht nicht so verfassungskonform. Wenn es Menschen sind, die verfassungsfeindlich sind, wie in anderen Nazis sind es Menschen. Naja. Da haben wir verschiedene Ansichten. Jetzt sind wir ja nicht mehr 50-50, wenn er hier meine Seite einnimmt. Nee, also gut, Tino, da muss ich ehrlich sagen, ich finde, ähm. Du bist scheiße. Der Spruch ist von meiner Meinung nach nicht allzu problematisch, aber ich kann mir vorstellen, dass man da rechtlich irgendwelche Aspekte raussaugen kann, die sagen, er ist verfassungsfeindlich. Aber es hat sich zumindest, und das sage ich jetzt subjektiv, nicht linksextrem angefühlt dort. Nee, lächerlich macht es nur der Vergleich mit den Rechten, dass Pegida nämlich überhaupt nicht rechtsextremistisch eingestuft worden ist. Okay. Und, ähm, dass zum Thema Uniformierung gab es ähnliche Vorfälle, dass die, was war das denn für eine Demo? War das sogar Fridays for Future oder irgendwas, wo sich Schüler, ähm, gleiche Shirts angezogen haben zum Teil und es wurde dann untersagt wegen Uniformierungsverbot und etwas später oder vorher ist die Rechte aufmarschiert durch Sachsen und die hatten alle die gleichen Uniformen an. Das wurde aber nicht veranstandet, zum Beispiel. Naja, also. Also die Vergleiche, die ich, ich, also dieses Raus-Ding, ne, wenn man sagt, Juden raus, ist es nicht gut, wenn man sagt, Schwarze raus, ist es nicht gut, dann finde ich eigentlich bei Nazis raus und ich sage ja auch, dass das dem Diskurs nicht hilft, wenn man einfach nur stumpf sagt, Nazis raus. Ja. Sondern eher Nazis, tretet in den Dialog mit uns, bitte, oder so. Du brauchst doch Demosprüche, kannst ja nicht rufen. So, ihr lieben Nationalsozialisten, ich finde euch nicht ganz so gut. Nazis, tretet in den Diskurs. Ja. Mehr Diskurs, mehr Diskurs. Obwohl, das geht eigentlich. Ja. Nein, aber das ist ja auch eine Reaktion, ja. Die Nazis haben ja früher mal gerufen, Juden raus, Ausländer raus. Und daraufhin ist es ja entscheidend, Nazis raus, denen das zu zeigen, dass es dumm ist. Und wenn ich Nazis rausrufe, meine ich aber, raus aus den Köpfen. Ja, sagst du aber nicht. Ist auch zu lang. Nazis raus aus den Köpfen. Könnte gehen. Ich fand es lächerlich jedenfalls, dass Pegida, als die Mitte angesehen wird, so Islamfeindlichkeit und wenn die NPD damit aufmarschiert, aber wenn Leute gegen Fremdenfeindlichkeit auf die Straße gehen und auf ein Konzert sind, wir waren ja auch vor Ort so, das wird als linksradikal eingestuft, finde ich nicht in Ordnung. Das ist mein Rentenbeitrag. Warum Nazis raus aus den Köpfen? Warum soll man das Bewusstsein für Nazis verlieren? Damit sie ungestört, das Land, ja. Man kann auch sagen, Nationalismus raus aus den Köpfen, das kann man auch sagen. Ist aber auch zu lang. Nationalismus raus aus den Köpfen. Das höre ich andauernd, ey. Finde ich. Doch. Du solltest Trommler werden. Ach, danke. Von YTD, der. Der DT-Dick muss leider noch 300 Kilo Fleisch essen und es nicht ausscheiden. Nein, dann hast du nicht alles. Ich will ganz kurz meinen, mein kleiner Rant, sodass ich das nicht in Ordnung finde. Ja, du hättest es vorher ankündigen müssen, deinen Rantenbeitrag. Nein, das mache ich immer nachher. Über den Teller Rant. Ach, loi. Das kann ja bei dir nicht genauso heißen, wie beim Essen. Ich finde das nicht wahr. Ja. Okay. Übrigens, P-Rant.internet. Stimmt. Was hören wir? Na, P-Rant.internet. Nee, nee. Ah, so. Nicht P-Rant. Na, P-Rant. Hab ich doch gesagt. P-Rant. Anderes großes Thema. Herr Newstime und Drachenlord war ganz großes Thema dieser Woche. Ich habe auch... Ohne Scheiß. Der... Erfke Rant. Erzähl, komm. Komm jetzt dein über den Teller Rant. Ey, aber ohne Scheiß. Herr Newstime, ein Nachrichten-Youtuber im Internet und Drachenlord, kennt man, ihr in Weimar kennt MCM Drachenlord. Wir wissen seit 2015, dass wir Drachenlord nicht zur Besinnung kriegen. Warum gibt Newstime nicht auf? Weil es kletzt brennt. Er berichtet doch nur. Ey, ich berichtet doch nur. Ich habe ein Video gemacht, Herr Newstime in real life, ging ganz gut ab. Die ganzen großen YouTuber haben kommentiert, unter anderem Herr Newstime. Und er hat auch gesagt, hey, das bin ja ich, XD. Weil alle so sagen, also alle feiern das Videokollektiv. Und was soll er sagen? Ist natürlich ganz nett, dass er sich dazu bekennt so. Er hat es auch retweetet tatsächlich. Und ist natürlich... Also gut, andererseits, wenn es totschweigen würde, wäre es auch irgendwie wieder dumm. Aber so... Hätte er auch machen können. Also einer der Top-Kommentare war von David zum Beispiel, dass noch zu viel, ich gehe nicht auf Kritik ein, drin war. Zu wenig in meinem Video. Stimmt. Und wenn er jetzt diesen Move macht, zu kommentieren und es quasi selbstironisch auch zu feiern, dann geht er ja quasi in diese Richtung. Ich bin kritikfähig. Ja. Und es war jetzt auch nicht... Es war ja keine Kritik. Ja, nein. Es war eine Parodie. Es war eine Parodie. Also ich habe es jetzt nicht übelst hasserfüllt gemeint, aber da war schon die ein oder andere Kritik drin. Sag ich ganz ehrlich. Aber wenn man halt so berühmt ist und so groß, dann kriegt man sicherlich auch ein paar Hiebe von der Seite ab. Weil er handelt ja nicht immer ganz integer. Wobei ich finde, David sei in der Meinung ein bisschen zu krass, muss ich sagen. Ja, ja. Teilweise. Also ich kann seinen Punkt absolut verstehen. Aber klar, wenn man irgendwie Nachrichten-YouTuber ist, dann kommt man ja wahrscheinlich nicht drum herum, auch über Sachen mal zu berichten, die irgendwie eigentlich nicht... Also über die man eigentlich nicht berichten sollte, sag ich jetzt mal. Weil wenn man im Interesse... Wenn es im eigenen Interesse ist, groß zu werden, auch mal ein paar Hype-Themen mitzunehmen, die nicht so berichtenswürdig sind im Hinblick auf Journalismus, guten Journalismus... Also das Ding ist, ich habe einen Pornhub-Account, weil wir da ja auch zwei Videos online haben. Nur deswegen. Ja, nee, also ich glaube nicht, dass ich den jemals ernsthaft benutze. Das wäre mir auch... Ich weiß auch gar nicht, ob das dann andere sehen können, was ich da irgendwie für Videos like oder so. Das würde ich nie machen. Und ich folge dem Drachen da, ja. Aber ich bin da halt nicht so und erst recht nicht angemeldet und ich hätte dieses Video niemals gesehen. Ich weiß nicht, wie du darauf gestoßen bist, wahrscheinlich nicht durch Herrn Newstime. Über eine Telegram-Gruppe. Ja, okay. Aber ich hätte dieses Video halt nie gesehen, wenn Herr Newstime nicht dieses Video drüber gemacht hat. Das stimmt. Und so geht es halt 100.000 Minderjährigen anderen und er sagt im Video, oh, ich fände das nicht gut, das haben bestimmt jetzt Minderjährige gesehen. Also er hat das erst groß gemacht. Du geiles Stück, du geiles. Ja, also der Drachenlord hat ein Video hochgeladen auf einer Plattform, wo Inhalte ab 18 hochgeladen werden und da hat er halt eine Gummipuppe. Und verglichen mit anderen Sachen, die auf Pornoseiten hochgeladen werden, ist das halt nichts. Das ist halt einfach nichts. Es ist halt völlig in Ordnung. Soll er es halt machen, ist mir egal, ist doch keine Meldung wert, finde ich. Ja, eben. Und er hat ja schon so viele andere Videos da hochgeladen. Da ist doch jetzt egal, ob er jetzt das mit einer Gummipuppe macht. Also, keine Ahnung, es ist halt einfach so irrelevant, aber dadurch, dass es natürlich eine News drüber gibt, wird es dann groß. Der Drachenlord ist auch immer, wann war der Drachenlord mal länger als zwei Monate und nicht im Rampenlicht wegen irgendwelcher dummen Aktionen. Also es ist klar, dass du da Newsie was abknipst von dieser Aufmerksamkeit. Ja, es ist ein bisschen billig. Es ist ein bisschen billig, finde ich. Der Herr News-Time hat das heißt. Es ist halt ein Werkzeug, ne? Ich weiß nicht genau, ob es ein Video davor oder danach war, dass er meinte, er möchte jetzt nicht mehr so Boulevard machen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob er jetzt wirklich so ein bisschen... Was er damit gemeint hat, habe ich auch nicht ganz verstanden, weil er wirklich kurz darauf wieder Drachenlord, Drachenlord kam. Das fand ich wirklich ein bisschen... Drachenlord, Drachenlord, Tanzverbot. Ob er sich es wirklich in dem Moment vorgenommen hat, aber hat nicht daran gedacht, dass Drachenlord halt Klicks bringt. Huch! Und dann kommt dann sein Reißbrett so dran, wo so Klicks in der Mitte steht und dann so Fäden gezogen. Ja, einfach so Drachenlord, ein Pfeil auf Geld. Und dann huch! Stimmt, so war das ja. Na gut. Ja. Also, finde ich nicht gut, aber er ist ja kritikfähig. Er hat ja schließlich mein Video kommentiert. Genau. Er ist ja auch selten neutral. Also ich mag das halt nicht so gerne. Ja, das habe ich ja auch parodiert. Übrigens, danke für dein Hemd. Hat das Video sehr aufgewertet. Ich hatte Tinos Hemd an, was mir viel zu eng ist. Hat man gar nicht gesehen. Und, ähm, was wollte ich sagen? Genau, er macht halt irgendwie keinen Hehl draus. Ja, ich bin jetzt bei der Partei, ich war vorher bei der Partei, die finde ich jetzt total doof und die andere Partei finde ich erst recht total scheiße. Und dann sagt er aber, ich bin ja so neutral. Das funktioniert einfach nicht so. Er muss es halt klar abgrenzen, so Kommentar, Doppelpunkt, wie in der Zeitung auch. Und ich finde es halt immer schwierig, wenn Leute sich Journalisten nennen oder Newstime-Leute und dann aber ihre eigene Wertung reinbringen, finde ich immer eher schwierig. Ja. Meine Meinung. Mir ist gerade aufgefallen, eigentlich mache ich ja jetzt immer beim Thumbnail diese Zacken, diese komischen Linien ins Internet-Thumbnail für den Podcast, wenn ein Rant drin ist. Jetzt hast du wieder gerantet. Eigentlich dachte ich, diese Folge gibt es nicht. Das war ein kleiner Rant, ich war auch schon ganz kurz. Ich mache nur so zwei Streifen. Ja, mach zwei Streifen rein. Okay. Nun. Der ESC ist noch ganz wichtig, aber wenn ihr den Podcast hört, ist der Eurovision Song Contest schon vorbei. Ich habe da gar nichts mitgekriegt. Nee, ich bin Fan. Ich schaue es mir jedes Jahr an. Ist wieder jemand Uninteressantes für Deutschland dabei? Absolut, ja. Geil. Sie heißen Sisters und der Song heißt? Sisters. Sisters. Ah, ich bin voll in der Materie. Gucken wir zusammen. Sonntag. Okay, wann? Samstag. Der Song ist nicht so, nicht scheiße, aber es gab coolere Vorentscheide. Es kam gestern. Ich fand das Ergebnis überraschend. Ich auch. Ich habe mich damit gerechnet, dass die jetzt gewinnen, die jetzt gewonnen haben. Die eine Person. Genau. Oder die eine Person. Eine Slash. Wie man es nimmt. Ja, ja. Fand ich echt überragend, muss ich sagen. Ich bin jetzt wieder Fan. Ich habe gerechnet. Kurz, ich google mal was. Also ich habe damit gerechnet, dass die Deutschen diesen Platz belegen, den sie belegt haben. Ja, das könnte man ja nicht anders aus den letzten Jahren. Das hätte ich auch vorher sagen können. Also Lena ist lange her. Lena war 2010, glaube ich. Oder 11 hat gewonnen. 10 müsste es sein. Und das habe ich predicted übrigens, den Sieg. Ja, die war ja Everybody's Darling. Auf jeden Fall. Also. Naja, also bin ich nicht so drin. Auch Scissors, ich weiß nicht. Es gibt die. Sisters. Sisters. Ja, ich war schon beim nächsten Gedanken. Ich kenne die Scissor Sisters. Ja. Die haben ein paar geile Songs. I don't feel like dancing. Ja. Oder Filthy zum Beispiel ist auch ein richtig geiler Song. Ich kenne den einen Song. Schlecht. Ja, aber darüber hinaus ESC. Keine Ahnung. Ich schaue es sehr gerne, auch jedes Jahr. Und auch wenn ich mich ärgern muss über die schlechten deutschen Beiträge. Die machen ja immer Vollentscheide jetzt seit einigen Jahren wieder. Und da sind so gute Sachen dabei. Und die Deutschen schicken immer die schlechtesten. Echt immer. Auch wenn du siehst, dass es nicht schlecht ist. Aber das war der schlechteste Beitrag. Meiner Meinung nach. Also ich gebe nochmal ein Shoutout 2008. Sind wir uns ja glaube ich einig. General V Rostock. Ne, warte mal. Das war Bundeswischenzong. Bundeswischenzong Contest. Ich finde es auch schlecht. Das war was ganz anderes. Ja, aber dann haben die fünften Platz belegt und fand ich gut. Danach ging es. Ich habe sie auch kennengelernt dadurch. Das war die Siegerin vom letzten Jahr. Oh scheiße. Okay. Ich habe aber 19 eingegeben. Mann. Ja, die war auch nicht schlecht. Das war halt so ein Statement. Wir lassen jetzt Israel gewinnen so ein bisschen. Und sie hat sich auch in dem Song so ein bisschen für Toleranz gekämpft und so. Das fand ich auch ganz gut. Aber es war halt wieder mehr so ein politisches Statement. Wie bei Conchita Wurst. War ja ähnlich. Gott, Alter. Wie kann man sich fucking Conchita Wurst nennen? Weil es Wurst ist, wer man isst. Das ist so ihre Antwort. Ich mochte auch den Song und ich mochte auch das Statement. Aber ob es der beste Beitrag in dem Wettbewerb war, weiß ich nicht. Aber ich finde es cool. Ich finde die Message in Ordnung. Ne, also es war jetzt überhaupt keine Aussage über die Person, sondern einfach nur Wurst. Also das ist ja eher... Conchita Wurst. Ja, ist ja gut, aber... Du redest ja doch so. Aber das Wurst ist, glaube ich, rausgenommen inzwischen. Die heißt nur noch Conchita. Glaube ich zumindest. Apropos Wurst. Ja. In Alabama ist seit gestern... Ne, warte. Wir haben ja jetzt Sonntag. Seit drei Tagen Abtreibung in fast allen Fällen komplett verboten. Berechtigt. Wie stehst du dazu? Meistens so. Alabama ist ein Bundesstaat in den USA. Ah, der Staat. Einer von diesen S ist in den USA. Aber welche Himmelsrichtung? Mitte. Oh. Ja. Also schon so Redneck-mäßig so ein bisschen. Also nicht... Naja, Hillybilly. Ich glaube, da ist ein Unterschied zwischen Hillybilly und Redneck. Die Hillybillis sind, glaube ich, Rednecks ohne rote Nacken. Wenn ich jetzt hier nicht komplett falsch liege. Aber so Leute, die immer so ein Stück Strohhalm hier, äh, so ein Stück... Ja, mit ihrer Schrotze im Schaukelstuhl vom Haus. Mit ihrer Schrotze im Staukelstuhl. Im Staukelstuhl von ihrem Haus. Häuschen. Ja. Ihr Landrecht verteidigen. Ja. Okay. Genau die. Und lass mich raten, es waren wieder nur Männer, die das entschieden haben. Ne. War, glaube ich, sogar maßgeblich eine Frau. Also in der News war eine ältere Frau da, die das unterzeichnet hat. Aber darum geht es nicht. Sie kann gar nicht mehr abtreiben. Denn ich habe, das stimmt, ich habe darüber getwittert, das Beste, was daran ist, das einzig Gute, was daran ist, ist nämlich die Comment-Section von Sweet Home Alabama. Die ist nämlich jetzt seit Wochen vollgespammt mit irgendwelchen Inzest-Jokes. Weil Inzest da scheinbar ein großes Thema ist und wenn man jetzt nicht mehr abtreiben kann, dann müssen diese Kinder halt großgezogen werden. Das ist dann ein ewiger Kreis des Lebens und ein ewiger Kreis des Stammbaums. Also unter der Kommentarsektion von dem Lied. Ja. Das ist witzig. Ja, der wird jetzt genau, deswegen habe ich vorhin Pumped Up Kicks gehört, weil das sind so die zwei Songs, die die besten Kommentare haben. Ah. Weil Pumped Up Kicks ist ja so ein Song, wo es um Armutläufe geht. Armutläufe, ja. Sweet Home Alabama ist jetzt so ein Song, wo es um Inzest geht. Ist dann immer ganz witzig so, wenn du Ancestry.com statt Tinder nutzt. Sweet Home Alabama ist ganz witzig. Nee, 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 nee. Aber was ist denn das für eine dumme Scheiße? Nein, ich finde es wichtig, dass man selbst bestimmen kann, ob man ein Kind haben möchte. Und es ist ja im Nachhinein auch nur Verhütung im Nachhinein. Ich applaudiere bei jedem abgetriebenen Fötus. Absolut. Muss man einfach mal so sagen. Jedes Kind weniger ist ein gutes Kind. Verstehe ich gerade nicht. Wie stehst du denn zur Abtreibung? Bist du Pro-Life oder Pro-Choice? Die Frage ist, ist zum Beispiel Kurt, du interrupst dich schon Abtreibung? Ab wann ist es Abtreibung? Wenn du abstinent bist, wenn du gar keinen Sex hast, ist es eigentlich auch schon Abtreibung. Da kreibst du auch ab. So im Endeffekt ist halt die Frage, wann hat das... Huhn oder Ei? Was hast du zuerst abgetrieben? Es ist halt wirklich so die Frage zwischen einer Zelle, die es nicht wird, und einem Menschen, der umgebracht wird. Und dann ist einfach der Zeitpunkt entscheidend, wann man es macht. Also mein Argument ist immer... Da bin ich in der Biologie gar nicht genug drin, um das jetzt so genau zu sagen. Mein Argument ist immer, solange eine schwangere Frau im achten Monat, ja, in einer einzelnen, in einer Wohnung wohnt, und es heißt, da wohnt eine Person in der Wohnung, ist da erstmal nur ein Mensch da. Ja, stimmt. Ganz klar. Das ist gut. Ein guter Vergleich. Also der Gesetzgeber sagt es doch schon. Da wohnt nur ein Mensch in der Wohnung. Es gibt sogar einen... Ich glaube nicht, dass das Kind in dem Bauch schon einen GZ-Scheine kriegt. Nee, stimmt. Kriegt es auch nicht. Eine Wohnung, ein GZ. Nicht ganz viele... Ja, aber... Der Vergleich hinkt sich. Bei uns in der WG läuft es auch nicht so. Ja, weil die GZ-Leute, wir wissen, dass die intellektuell vielleicht nicht auf der ganzen Höhe der Menschheit sind, aber um mal nett zu formulieren. Im Allgemeinen sollte es so sein, dass jede Wohnung einmal zahlt. Ich meine, aus irgendeinem Grund kriege ich auch gar keine Briefe. Seltsam. Hm. Es gibt übrigens ein... Ist ein Schwangerer auch eine Wohnung? Könnte man eigentlich schon sagen. Noch nicht. Wo kommt der Brief rein? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das stimmt. Tino, kannst du uns da genauere Infos geben? Ja, du kennst dich doch auch schon in der Szene. Du bist doch so einer. Pregnant Grinder. Es gibt einen Mann, Peter Singer, der hat sogar in den Raum gestellt, sollte man nicht sogar auch nach der Geburt abtreiben dürfen? Ja, bei vielen Leuten, ja. Also ich fand das sehr krass. Also ich finde das nicht gut. Ja, aber dafür gibt es ja Adoption. Also das ist wirklich Quatsch. Eben, so Babyklappe und so. Also es gibt so viele Leute, die irgendwie nicht schwanger werden können oder nicht wollen und dann plötzlich doch. Das wird dann aber wirklich so eine, wie sagt man, ethische Entscheidung, weil da hat es auf jeden Fall ein Bewusstsein. Ja. Und ich glaube, eine Zelle, wo gerade frisch so ein kleines mikroskopisches Würmchen rein ist, das hat noch kein Bewusstsein. Ja, es gibt ja auch keinen Herzschlag bis sonst wann und was weiß ich. Darum finde ich wichtig. Man sollte Abtreibung vielleicht nicht sofort anbieten, aber vielleicht erst mal so ein psychologisches Gespräch, ob sie es immer noch abtreiben möchte. Dann kann man doch sagen, okay, wenn eine Psychologin oder eine Psychologe sagt, die Frau ist nicht bewusst dessen, was da gerade passiert, was gleich passieren wird, dann würde ich natürlich sagen, go for it. Der größte Punkt an diesem Scheißverbot ist doch, dass die Leute wieder mit dem Kleiderhaken kommen und dann das Kind da rauswürchen. Also das ist ja, das macht nur illegal Abtreibung halt wieder groß. Man muss auch sagen, was ist, wir sind jetzt auch eine Gruppe von drei Kerlen, die da eigentlich fast, also wirklich dieses relativ kleinen Prozentsatz an Entscheidungen und die Möglichkeit haben, das auch wirklich objektiv zu betrachten. Ich denke, das ist wirklich eine Sache, die ich der Frau überlassen wollen würde. Ich finde, man hat als Kerl zumindest da nicht allzu viel zu melden, fände ich fair. Das stimmt schon, aber das würde ja auch bedeuten, Pro-Choice halt, dass die das individuell entscheiden können. Es können ja ganz viele Frauen auch sagen, ich will zwar kein Kind, aber es unmoralisch ist abzutreiben, also kriege ich es halt und gebe es dann weg. Und gebe es dann ab, genau. Aber wenn die das halt nicht wollen, ist auch okay. Also ich hätte keinen Bock, irgendwie aus mir was so Dickes rauszupressen. Und von daher... Also liebe Frauen, wir drei Männer sagen euch, tut was ihr wollt. Ja. Wollen wir nicht für euch entscheiden, aber ich bin eher Pro-Choice. Sollen sich die Frauen selber aussuchen, bitte. Schön. Meino, meino. Ja, gut. Also. Ich habe zu dem Thema gar nicht gesagt, natürlich Pro-Choice, wieso willst du das so statisch verbieten? Das voll dumm. Wie gesagt, dann fangen halt die Leute an, ihre Frauen in den Bauch zu boxen. Oder so. Das findet auch ganz neue Arbeitsgruppen, glaube ich. Also ganz neue Berufe. Private, illegale Abtreibungen. Ja, das ist Quatsch, das zu verbieten. Aber man muss es halt irgendwie in diesen zeitlichen Rahmen lassen. Von da bis da, wäre gut, wenn du dich entscheidst. In den ersten so und so vielen Wochen, Monaten, weiß ich nicht. Ich denke, hier ist es doch auch so in Deutschland, oder? Wie ist es denn hier geregelt, weißt du es? Ja, es gibt eine Grenze, ja. Bis zum dritten Monat, glaube ich. So. So was. Da hast du reichlich Zeit. Ich meine, cool ist es nicht. Man hat eigentlich ab dem Moment vergeigt, wo man schwanger wird, obwohl man nicht will. Aber warum dann das noch schlimmer machen? Also es kann passieren, wenn, weiß nicht, Kondom reißt oder Pille hat nicht gewirkt. Es kann alles mal passieren. Ne, ja. Meine Meinung. Was sagen Sie, Herr Kondom reißt, auch dann wartet man keine drei Monate, glaube ich. Ach so, nee. Naja, obwohl, wenn du erst mal nachdenken musst. Drei Monate, meinst du? Keine Ahnung, ich weiß es doch auch nicht. Keine Ahnung, ich weiß es doch auch nicht. Aber ich denke mal, wenn man jetzt acht Monate nachdenkt und dann sagt, nee, fände ich es fair, wenn man dazu mehr oder weniger verpflichtet, zu sagen, man kriegt es. Also mir reicht es. Ich denke, das ist dann das Recht des Kindes, was schon recht viel mitkriegt. Und dann abgeben. Als Mensch. Ja. Irgend so was, ja. Mir reicht es einmal am Tag morgens meine Wurst abzutreiben. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe gegoogelt bei Reddit, was die größte Sache überhaupt war. Das mache ich jetzt ab sofort immer. Weil Reddit ist ja auch die Frontpage des Internet, nennt man sie. Und die größte News, also da sind natürlich dann auch alle Kategorien, also Bilder, ja, Nachrichten, World News, irgend sowas. Aber die größte Sache diese Woche war ein Artikel auf Common Dreams. Das ist ein unabhängiger News, ein unabhängiges Newsportal, was auch keine Werbung oder sowas nimmt und so. Und die haben gesagt, dass das CO2 in der Atmosphäre so hoch ist wie seit drei Millionen Jahren nicht. Das letzte Mal im Pliozän, also das Zeitalter. Und da war der Wasserspiegel auch 90 Meter höher. Das glaube ich nicht. Das heißt, das erwartet uns laut diesem Artikel jetzt demnächst, weil das natürlich so ein Prozess ist. 90 Meter höher, das heißt Amsterdam, Wake and Bake, Blaze it, 420, wird dann schwierig. Wen stört's? Und ja, die Überschrift war, why is this not news everywhere so. Und da kann ich sagen, naja, es ist halt, weil die Leute nichts merken. Ja. Ganz einfach. Ich sag mal, ist unser Wort jetzt keine 90 Meter höheres Wasser? Also heute und morgen nicht, glaube ich. Aber ich sag mal, die News wäre überall, wenn diese 90 Meter Wasser jetzt vor unserer Tür stehen. Vielleicht hat vor so vielen Millionen Jahren auch andere Gründe gegeben, dass die Erde sehr heiß ist. Nicht unbedingt der CO2-Gehalt oder dass das Wasser so hoch ist. Vielleicht waren die Heizkosten geringer früher. Ja, aber die Erde war halt als, wie viele Millionen Jahre? Die Erde ist sehr alt. Nein, dieses Zeitalter, das war einfach mal. Vor drei Millionen, also vor fünf Millionen bis vor drei Millionen, so unter zweieinhalb. Das Pliozän. Ja. Ich möchte nur die Gegenseite vertreten und sagen, dass es eventuell mit den 90 Meter Wasser nicht unbedingt mit dem CO2-Gehalt in der Luft zusammenhinkt. Ja, das mag ja sein, aber es ist ja trotzdem nicht gut. Irgendwie ab fünf, also Moment, also wir haben jetzt hier 415 Parts per Million, ja, ist der aktuelle Gehalt. Und ab 500 Parts per Million spricht man auch schon von hier, von verseucht quasi. Also es ist schon keine, keine gute Luft mehr sozusagen. Und das war damals... Wie viel war es um 1850? Weiß ich nicht, 350 oder irgendwie sowas. Ja, mit dem Artikel kam auch so ein Dings, komme ich gleich noch dazu, eine Öl-Company hat das damals perfekt ausgerechnet. Also Moment, die heißen Exxon. Die haben 82, witzigerweise, wo du 80er sagst, haben ausgerechnet, wie das CO2 weiter wächst und haben das auf das heutige Jahr berechnet. Ich habe 850 gesagt. Ach so, ich habe nur 80 gemerkt, weil ich dumm bin. Ja, auf jeden Fall haben die berechnet, dass es um 2020, wo wir uns ja jetzt befinden, bei 415 PPM sein wird. Und das ist es jetzt. Und das ist sehr erstaunlich. Und die wurden dann dahin weiter kritisiert, weil die trotzdem nichts gemacht haben, sondern quasi viel Geld da rein investiert haben, das zu denien. Hier so Disinformation-Campaigns gemacht und so. Exxon, kann man nachschauen. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, das hatten wir ja auch schon. Fürchtet euch. Ja, nee, selbst wenn jetzt rauskommt, die Chinesen hatten wirklich hier, wenn Trump hatte Recht, die Chinesen haben Hoax gemacht. Und wir haben ganz umsonst jetzt irgendwie dafür gesorgt, dass wir einen saubereren Planeten haben. Das wäre ja total. Dann ärgern wir uns richtig. Ja. Wir können wieder atmen und das Meer ist sauber und die Tiere sterben nicht aus. Und das ist scheiße. Das ist so langweilig geworden auf der Welt. Ja, und ich glaube, das war auch noch in dem Artikel, dass die Wissenschaftler halt sagen, wir müssen jetzt ganz schnell auf Elektroautos, wo dein Penis sich langsam verhärtet. Kommt auf das Auto an. Und all das umsteigen. Und ich sage ja auch, ey, ich habe, ich glaube auch zu dir schon, so ein Tiny House, ey. Ja, mit so einem schönen, mit so einem Bioklo, was überhaupt nicht stinkt. Geil. Wenn du es möchtest, hol dir. Können die ja, Brudi. Ja, aktuell habe ich die finanziellen Mittel nicht, aber mir würde es halt voll reichen. Ein Tiny House, das erzählst du jetzt auch schon seit fünf Jahren. Na, also ich brauche auch gerade mal kein Tiny House. Wann hast du die finanziellen Mittel für ein Tiny House? Nenn mir jetzt ein Jahr. In dem letzten Jahr? Nenn mir jetzt ein Jahr. 20, 30. Wie willst du das machen? Selber bauen. Was lachst du da? Ich habe eine Skatehalle aufgebaut, alleine, im Schweiße meines Angesichts. Ja, die dann auch im Schweiße des Angesichts von der Baufirma wieder eingerissen wurde. Ja, da kann ich ja nichts dafür. Na, ich glaube, das hättest du immer planen müssen. Weißt du, was noch passiert ist? Robin, es geht um CO2-Diskussion. Du schweifst total ab. Ja, ja, pass mal auf. Die Bude hat gebrannt, ja? Meine Skatehalle hat gebrannt. Das Tor war offen. Und die Freiwillige Feuerwehr Ergensdorf kommt da rein und ruppt die Wand ein, um in diese Halle einzudringen. Sind die nur völlig bescheuert? Vielleicht kamen die von der anderen Seite. Nein, die sind einfach nur dumm. Das war nicht nötig, die Wand einzuruppen. Aber versetzt dich doch mal in die Lage der Freiwilligen Feuerwehr. Wer hat nicht Bock, mal in die Wand einzuruppen, wenn es so klingt, als wäre es nötig? Das stimmt. Hättest du anders reagiert? Ich glaube kaum. Goal, endlich. Du hättest das Ding eingerissen und ein Tiny House draufgestellt. Mit einem Klo, das nicht stinkt. Also mein Tiny House sollte auf jeden Fall Räder haben. Zumindest so Anhängermäßig, dass man es transportieren kann. Was freust du dich da jetzt so hässlich? Kennst du diese Gags? Elon Mosquito und so weiter. Mosquito? Elon Mosquito. Ach so, ja. In my brain ist gerade Julia Räder. Julia Räder. So nenne ich mein Tiny House, ja. So viermal an diesem Haus dran ist und sich dreht, ist egal. Okay, mach ich. Wir sind wieder back bei CO2-Diskussionen, oder? Ja, das stimmt. Bam. Mach ich aber auf jeden Fall. Wenn ich mein Tiny House baue oder bauen lasse, ich mach Julia Räder dran. Dann wird es mit Besuch aber sehr schwer. Die kennt bis dahin vielleicht auch keiner mehr. Oder sie ist unsere Kanzlerin, das kann natürlich auch sein. Ich hoffe es. Das hoffen wir alle. Oder sie ist aufgrund der globalen Erwärmung verbrannt. Das kann auch sein. Ja, also. War auf jeden Fall Headline des Todes. Hat irgendwie 130.000 Upvotes. Also Top-Post der Woche ist auf jeden Fall richtig groß. Und kann man ja zumindest mal drüber nachdenken. Gehen Sie auf Reddit und lesen Sie meine Dinge. Moment mal, Moment mal. Ich verwechsel jetzt nicht die alte mit den Piraten, mit der 16-Jährigen, oder? Ach so. Scheiße, peinlich. Schneid das raus. Ich meine es ist Greta Thunberg. Greta Thunberg. Ach fuck, jetzt habe ich die verwechselt. Ah, fuck. Okay, stellt euch in meinem Bild vor, dass ich die ganze Zeit die Greta Thunberg im Kopf hatte. Ach, ficken, jetzt habe ich die verwechselt. Ja, stimmt, weil die Autismus hat, ist das auch witziger, wenn die so als Rad rumrollt. Bingo. Aber das macht ja gar keinen Sinn mehr. Das musst du schneiden. Greta Thunberg, ficken, bitte. Was? Das ist unangenehm. Merk dir, ich schwitze, Alter. Du kannst auch das Reifenprofil, da hast du draufschreiben, Greta Thunberg oder so, weißt du? Ach, ficken, das ist ja wirklich unangenehm gerade. Können wir den Podcast bitte einfach nochmal aufstehen? Löschen, wir löschen, wenn das jetzt irgendjemand, wenn das jetzt irgendjemand hört, das kommt im fucking Radio, Alter. Scheiße. Hier wird nicht geschnitten, Alter. Ohne Scheiße, ich gehe einfach heim jetzt. Es ist, oh, es ist feierlich. Es wird ja immer schlimmer, jedem der, ich drüber nachdenke, Alter. Oh, seht ihr, wie ich schwitze, wie ich rot werde, Alter? Das Gute ist, die jungen Leute haben die Aufmerksamkeitsspanne nicht und die alten Leute haben es akustisch nicht verstanden. Ja, das ist Greta Thunberg. Ein 16-jähriges Mädchen. Oh, fuck, Alter, ich habe meine Legitimation als Mensch verloren, Alter. Stell dir mal vor, Greta Thunberg als Anführerin der Piraten in der großen Artikel-13-Diskussion. Oh nein, das wurde jetzt aufgezeichnet für alle Ewigkeiten. Ja, das kann man doch mal verwechseln. Oh, es ist feinlich. Und mach bitte einfach weiter, ich muss raus. Platz hier rausgehen, genau. Ja, ich klicke mit mir auf, so, dass es so ist. Oh, man. Es wird auch ganz warm geworden. Sehr gut. Greta Thunberg. Also, was ich sagen wollte, vielleicht kann man ja mal drüber nachdenken, nicht so viel CO2 zu produzieren, wäre ja mal ein Ansatz. Aber ich gehe da auch eigentlich voll mit, dass man sagt, also Clark hat die Privatperson Privatpersonen was machen, aber wenn irgendwie da riesen Ölkonzerne weiterhin irgendwie das mehrvoll scheißen, ist vielleicht geil, wenn die auch mal. Ich komme nicht mehr klar. Aber was sagt sie mir bei CO2-Thema? Das hat kein Schleid verstanden, weil ich dumm bin. Schön. Was sagen Sie ja, Kleine, zum CO2-Thema. Ich kann nicht mehr reden. CO2-Thema. Ja, aber scheiß auf CO2. Und zum Thema Thunberg. Scheiß auf CO2. Ich habe noch eine andere Sache. Es gab so ein, es gibt dieses irgendwie Basler Abkommen oder so, das wurde jetzt erweitert, um weniger Plastikmüll zu machen. Es haben irgendwie 187 Länder unterschrieben, außer die USA. Wer sonst? Natürlich wieder. Aber muss man natürlich auch fairerweise dazu sagen, die USA sind wenigstens ehrlich von vornherein und sagen, wir halten uns nicht dran. Die anderen unterzeichnen und halten sich nicht dran. Wenigstens das, ja. Hauptsache ehrlich. Hauptsache ehrlich. Egal, was das tut, seid ehrlich, ja. Dumm. Ja, ich habe das Kind vergewaltigt, aber ich sage es wenigstens, ja. Ich bin ehrlich. Ehrenmann. Ich glaube, vor Gericht kriegt er dann ein Jahr weniger. Das kann sein, tatsächlich, wenn das zugibt. Bist du noch dabei? Wir haben noch zehn Minuten. Ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Mit einem wirklich guten Witz. Kommt bestimmt noch. Oh nee, ohne Scheiß. Das ist das Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das Schlimmste, was mir jemals passiert ist in den letzten Tagen ist, ich habe so einen Wahlwerbespot gesehen oder naja, kann man eigentlich nicht sagen. Es gibt so einen Politiker, der hier antritt, der in den Stadtrat will, von einer Partei und der hat so ein Lied gemacht. Hast du es gesehen? Ja, so ein Blunder, ja. Ja, und das Lied handelt von Hass und wie doof das ist und dieses Lied macht mich sehr aggressiv. Findet die Ironie. Das war vielleicht sein Ziel. Nee, Alter, das ist echt so ganz, das ist so richtig prätentiöser Scheiß, ey, ohne Spaß. Ich habe es noch nicht gehört, ich habe es bisher nur... Alles nass, der Ohne schmiert seinen Schweiß an mir. Es war bei mir nur ein gesponserter Beitrag bei Instagram. Ich habe es noch nicht gesehen. Nee, ich habe es bei Facebook gesehen, gesponsert. Ah, okay. Ich habe drauf gedrückt und habe gekotzt. Also die erste Minute ist ganz, ganz schlimm. Wie heißt der mit dem Namen Daniel Kratz oder sowas? Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber ja. Der hängt, ich hoffe, der hängt bald hier. Nein, so schlimm ist es nicht, Daniel, wenn du jetzt zuhörst. Er ist ja Politiker in der Öffentlichkeit, er tritt ja auch an. Genau, dann darf er ja auch aufgehangen werden. Richtig, Listenplatz 2. Er hat sich aufgehängt hier, er darf genannt werden. Nee, also wirklich ist ganz prätentiöser Müll aus meiner Sicht. Und die erste Minute ist so ganz finster, weil da so ganz, ganz zart nur überhaupt Musik im Hintergrund ist. Und er so ganz sanft und so. Und der Text, ah, das ist halt so, so ein bisschen besser als, als wenn jetzt ein Zehntklässler irgendwie was schreibt. Aber halt irgendwie dann wiederum so, dass du merkst, okay, das soll jetzt irgendwie, er hat es geschrieben. Och, richtig geil, richtig geil. Wenn der Mut mutiert, ja. Ah. Ja, also nur sowas ist da drin. Nur sowas. Oder wenn der Rassismus reibt oder sowas. Also ganz, ganz finster, sorry. Also hat mich nicht gekriegt. Das ist nur ein bisschen besser als das neue Rammstein-Album. Ich höre es gerne, aber textlich und von den Reimen her, also Till wird immer schlechter. Muss ich sagen, textlich. Until you die. Until you die. Ganz kurz können wir es einfach so machen, dass wir am Anfang des Podcasts sagen, dass ich mittendrin die beiden verwechsle. Nein. Können wir das, also kannst du es in die Beschreibung oder so machen? Das hören die doch, das hören die doch hier. Ja, aber die sollen... Das klingt, als wäre das Absicht gewesen. Das glaube ich nicht, dass wir das jetzt so aufdrehen. Beim nächsten Podcast werden Julia Reda und Greta Thunberg vertauscht. Werden Sie es merken. Greta Reda und Julia Thunberg. Oh fuck, ey. Das kann passieren. Komm, ich habe Moslems und Juden verwechselt, ja. Danke dir noch. Komm, Abouk. Ein Live-Radio-Hack. Sehr schön. Das ist die Strafe, weil ich dich die ganze Zeit gedisst habe. Ich bin wieder back im Game, Alter. Gut. Können wir auch ganz schnell davon ablenken. Es hat nämlich noch jemand ein Fauxpas gehabt. Putin ist nämlich hingefallen beim Eishockey-Spielen. Ehrlich? Habt ihr das gesehen? Nee. Schade. Gibt es ein Video von, der ist halt so schön, hat so gewunken in die Massen, ja. Und hat nicht bedacht, dass da so ein roter Teppich ausliegt. Und ist halt mit den Kufen auf diesen Teppich gefahren. Aber man muss natürlich sagen, mit 66, ja. Ich stelle dir mal Merkel vor, die auf dem Eis steht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Die würde einfach weg, ja. Ja, die würde einfach weggespringen. Aber ist das... Die würde dann wieder ansetzen. Die wäre dann ganz klein. Aber ist das wirklich jünger als Merkel? Putin? Nee, eben nicht. 66. Ich glaube, die sind ungefähr gleich halt, oder? Ich denke auch, ja. Das würde die sein. Ich würde sagen 68 vielleicht maximal. Ich habe keine Ahnung. So, aber, ne? Er steht auch sofort wieder auf und winkt weiter und so. Aber es ist halt... Er kann Chris-Liebären bezwingen und auf ihn halten. Er kann alles. Und also, komm, vor hunderttausenden Menschen hinfallen, ist doch schlimmer als irgendwelche Personen verwechseln. Nein. Okay. Noch ganz schön fand ich die Meldung, dass in Österreich wird McDonalds als Teil der amerikanischen Botschaft eingesetzt. Das amerikanische Spezialitätenrestaurant. Es ist kein Spaß. Amerikaner können zu mit McDonalds gehen und können sagen, verbinden sie mich... Verbinden sie mich mit George Bush. Mit der Botschaft, wirklich. Die können sagen, Cheeseburger, Pommes, Cola und einen Anruf an die Botschaft, bitte. Geht jetzt ehrlich. In Österreich. In Österreich, bisher immer. Aber warum? Haben die da keine richtige Botschaft? Vielleicht nur zu wenige oder zu kleine, ich weiß es nicht. Aber die wollen auf jeden Fall im ganzen Staat ermöglichen, dass die Amerikaner sich in ihre Botschaft wenden können. Das wäre natürlich meine Frage, was wäre das deutsche Äquivalent in den USA dafür? Radwurstbude? Gibt's doch... Also bei GTA gab's doch diese Frankfurter Hotdog-Stand-Dinger. Okay. Bei GTA 4. Oder Pisswasser. Pisswasser, ja. Ein Pisswasser und einmal deutsche Botschaft. Ich weiß nicht, ob wir so einen großen Export haben, was das angeht. Wir exportieren ja eigentlich nur Waffen. Rassismus und Waffen. Ah, das heißt, man kauft sich dann Waffen und kann dann dort auch beim Waffenhändler fragen, ob man mal an die Botschaft durchgestellt wird. Eine Walther und die Botschaft, bitte. Genau. Ganz einfach. Geil. Fand ich eine schöne kleine Fun-Fact-Meldung. Ja. Noch eine Fun-Fact-Meldung. Ein Mädchen hat sich umgebracht, weil Instagram das entschieden hat. Habt ihr vielleicht in meiner Story gesehen. Nicht Instagram an sich, aber sie hat eine Umfrage gemacht. Auf Instagram. Shall I kill myself? Yes or no? 69% haben gesagt ja und daraufhin hat sie sich umgebracht. Darin sehen wir, wie auch Demokratie funktioniert. Ja. I love democracy. Und dass die Zahl 69 witzig ist. Das stimmt. Die ist super. Das war so viele Ebenen witzig. Das ist schon hart. Also ich weiß nicht, ob sie... Da gab's keine Info dazu, ob sie irgendwie eh Mobbing-Opfer war oder so. Ich find's aber auch echt ein bisschen überzogen von ihr, muss ich sagen. Ja, also das ist ein bisschen... Das ist auch wieder nur für Aufmerksamkeit. Außer sie war tatsächlich irgendwie depressiv oder hatte irgendwie Probleme. Aber ich finde an sich, wegen einer Instagram-Umfrage sich umzubringen, da muss ich sagen, da war sie einfach zu jung oder zu unreif für Online-Aktivitäten. Also man ist sich, glaube ich, einig, dass die Umfrage nicht schuld war. Die Eltern haben versagt. Nee, also ich denke mal, wer so handelt, hätte es wahrscheinlich auch so gemacht. Früher oder später. Wahrscheinlich nicht. Das kann sein tatsächlich, ja. Also förderlich, dass das so viele gedrückt haben, aber hätten alle gesagt, nee, mach nicht, da hätten sie wahrscheinlich dann irgendwann vielleicht die nächste Aktion gemacht, man weiß es ja nicht. Ich glaube, ohne die Story im Hintergrund würde bei jedem dasselbe passieren, einfach nur aus Joke drücken wir heute ja. Was mich halt wirklich daran stört, dass, wäre sie ein Einzelfall gewesen, hätten vielleicht viele gesagt, boah, die braucht Hilfe. Aber es gibt ja genug Leute, die das wirklich aus Aufmerksamkeitssuchung machen, um es mal falsch zu sagen. Ich kenne jemanden, der einmal die Woche sagt, so, ich beende es jetzt. Genau, und durch diese Leute nimmt man dann die nicht ernst, die es dann wirklich tun. Ja. Und deshalb hat die wahrscheinlich auch diese 69 bekommen und das ist eigentlich das Hauptproblem daran. Nicht, dass die Assis ja gedrückt haben, sondern dass die, die es eigentlich nicht vorhaben, immer ankündigen. Ja, das gibt es auch, wie der Drachenlord. OP delivered. Ja. Das sagt man auf Reddit so, wenn jemand sagt, hey, wenn das und das passiert, esse ich einen Besen und dann ist der wirklich einen Besen OP delivered. Wofür steht OP? Na, der Original Poster. Ach so, okay. Also das ist ja nicht nur OP, OP ist immer. Ja. Ben Shapiro, kennt ihr den? Gab es auch noch? Shapiro, den Namen kenne ich auch. Ich habe den auf YouTube gesehen, das ist einer, der immer auf dem Pult steht und schlau antworten geht. Genau, genau. Was ist denn das für ein Typ? Na, der ist eigentlich so ein, also er ist kein Trump-Supporter, aber schon rechtspopulistisch so. Aber ich habe den Namen von einem politischen Typen richtig eingeordnet. Er hat sich revitiert. Er hat sich nicht revitiert, fuck, rehabilitiert. Vorher hat sich revitiert. Ja, und der ist dafür bekannt, wie du schon richtig sagst, dass der alle immer owned, sozusagen. Also die Videos heißen immer Ben Shapiro destroys Feminism und sowas. Und teilweise gehe ich auch mit ihm mit. Er ist aber natürlich auch einer, der zum Beispiel der Abtreibung nicht gut findet. Da gehe ich halt nicht mit. Und der ist jetzt selber mal interviewt worden von einem richtigen Journalisten und nicht von irgendwelchen Teenagern. Und der ist nämlich immer so am Campus und hat dann halt so halb wissende Leute vor sich, die er natürlich relativ leicht zerstören kann. Wie dieser Schlitzenberger da. Ja. Oder wie der heißt. Dann war er jetzt im BBC, also britisches Fernsehen, von einem Typen, der selber rechter Meinung eher ist. Also Right-Wing würde man ihn einordnen. Und er hat ihn halt relativ hart auseinandergenommen. Und er war immer so, er hat es immer als privaten Angriff gesehen. Und hat dann gesagt, es ist offensichtlich, wenn sie solche Fragen stellen, dass sie ein Leftist sind, ja. Obwohl der Typ halt quasi noch rechter ist als er selber. Und dann ist er am Ende auch aus dem Interview gestürmt. Und das ist viral gegangen. Und er war ihm nicht rechts genug, deswegen hat er ihn wohl so ein bisschen zerstört. Ne, er hat einfach, wie es halt ein guter Journalist theoretisch macht, immer die Meinung des Typen irgendwie zu challengen. Obwohl er eigentlich selber Meinung ist. Er hat ja ihn zum Beispiel gefragt, warum findest du Abtreibung gut so? Findest du es nicht irgendwie, dass es wie im Mittelalter ist, solche harten Gesetze? Ah, das geht nach hinten los so ein bisschen vielleicht. Und dann hat er gesagt, na, wenn sie mir solche Fragen stellen, dann müssen sie ja links sein. Obwohl er einfach halt nur eine Gegenmeinung darstellt, obwohl er die selber nicht hat. Nicht mal, er wollte einfach nur ihn herausfordern, dass er das begründen kann, seine These. Das war ja nicht meine Meinung von dem Interviewer. Es war ja auch eine Chance für ihn, das zu begründen. Oh fuck, wir hatten auch so viele Themen, aber wir müssen langsam. Wir haben nur noch drei Minuten, wir haben noch nicht zusammengefasst und nochmal gesagt, dass er, oh, das verkackt hat. Also, ein Foto muss ich noch schnell zeigen. Da hat nämlich so ein Amazon-Tribe, hat einen Fall gewonnen. Die dürfen jetzt ein Stück Regenwald behalten. Da gibt es hier so ein geiles Bild, wie so Indianerleute im Gericht sitzen. Das fand ich richtig geil. Ansonsten hat die Partei ein Foto hochgeladen, wo sie drei Prozent in den Umfragen hat. Das habe ich auch gesehen. Ja, drei Prozent tatsächlich, ja. Endlich. AfD ist auch ganz weit vorne. CDU, SPD, alle bauen ab. Ich finde, der CDU baut nicht genug ab. Das stimmt. Also, naja, es sind halt noch die Ausgewohnheiten. Die Ausgewohnheiten war nicht relevant genug für die älteren Leute. Genau, für unsere Zuhörer. Also, wir können hier was machen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe meinen Mutti aufgeklärt. Und sie hat gesagt, ah, geht gar nicht. Keine CDU. Bienchen, Blumen, aber keine CDU. Die Woche war sehr spektakulär, muss ich sagen. Also, mir hat es gefallen. Es gab wieder viele kleine Sachen. Dieses Tatti-Ding geht mir halt überzart auf den Sack. Dieses hässliche Influencer-Bief-Gelumbe, das kann ich nicht mehr hören. War natürlich trotzdem eine große Sache. Lochis hören auf. Crumpy Cat gestorben. Keine schönen Sachen, aber sehr spannend. Bitte bleibt weg. Ja, ich bin Lochis-Fan, ja. Durchgehend Online ist ja mein Lieblingssong. Oder Bruder vor Luder. Die haben große Songs komponiert. Ist das nicht ein Film, den du da gerade genannt hast? Ja. Glaubst du es auch? Da gibt es auch einen Song. Ich sag Bruder vor Luder. Uh, uh. Brows geht vor Hals. Yeah. Okay. Dann sag eine Zahl. Wir hatten letzte Woche 8,5 wegen deinem Skandal. Immer muss ich zuerst sagen. Ich weiß es gar nicht. Herr Rotes kann auch zuerst sagen. Sag du mal. Ich sag gar nichts mehr. 0 bis 10. Eine Greta Thunberg von 20 Julia Redas. Hast du jetzt Angst, die Zahlen zu vertauschen? Er sagt jetzt gleich 10 von 8. Ja, ich sag doch, das war schon eine 8 wert, finde ich. Echt, ja? Ja. Die Lochis ohne auf diese... Aber ich möchte dich erinnern, dass Christchurch bei uns auch eine 8 war. Das war vergleichbar, finde ich. Ja. Ob jetzt ganz... Naja, ja. Ob jetzt Moslems sterben oder die Lochis aufhören, das ist ja... Ne? Jacke wie Hose. Vergleichbar. Okay, also jetzt müssen wir aber wirklich feine Verdict. Ich sag, ich würde echt nur eine 7 geben. Ich würde auch runtergehen von 8. Also treffen wir uns bei 7,5. 7,4. 7,33. Okay. 7,33 ist gut. Ja, das letzte Wort als Gast. Ja. Finde ich gut. Vielen Dank fürs hier gewesen sein, unser Gast. Ey, ohne Scheiß, ich mach's nie wieder. Ich werd heute Abend einfach nicht einpendeln. Das Gute ist, du kannst es dir ja dann heute nochmal am Radio anhören quasi. Also ich hab heute gesagt, wir die zu... Ja, kommen meine ganzen Lehrer und so weiter, weißt du? Ach, so schlimm ist das doch echt nicht. Ist es nicht. Jeden Sonntag 20 Uhr auf Radio Lotte. Und auf Spotify sind wir jetzt auch. Und kauft gerne einen Brennpunkt-Hörer-Wunsch. Ich hab schon wieder da einen, der... Für 20 Euro. Es gab eine Person, die gesagt hat, wenn ich das nächste Mal Geld habe, kaufe ich sofort. Nice. Aber mir geht's gerade dünne durch den Arsch. Okay, kommt jetzt schon die Musik eigentlich? Die ist schon da. Aber das ist so richtig. Oh, ganz schön. Ist gut, ne? Ja, die vom Podumcast ist ein bisschen geiler. Ach. Äh, tschüss, Leute. Macht's gut. Wiedersehen. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.